Herzlich willkommen zum IMOX Kurs Elektroschutz im Auftrag unserer Sicherheit. Im Modul sicherer Strom für zu Hause werden ausgehend vom Stromversorgungsnetz hin zur Hausinstallation mögliche Gefahren und Risiken durch Elektrizität dargestellt. Ja, ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer neuen Lektion begrüßen. Mein Name ist Karl-Heinz Mayer. Ich bin bei ETHEN Industries aus der GmbH beschäftigt und dort im Wesentlichen verantwortlich für Innovation, Standardisierung und Programmmanagement und gleichzeitig auch im Vorstand der Stiftung Elektroschutz. Bevor wir hier starten, möchte ich mit Ihnen gemeinsam noch einen kurzen Blick auf die Statistik werfen, auf eine Unfallstatistik, die sich in den letzten Jahrzehnten ergeben hat. Sie sehen hier also auf der x-Achse die Zeit. Das beginnt bei 1957, geht bis 2018 und auf der y-Achse sind die Anzahl der Unfälle angegeben. Sie haben diesen grauen Grafen, der beschreibt die Gesamtanzahl der Unfälle, der blaue ist die Gesamtanzahl abzüglich der tödlichen Unfälle und mit dem orangen Grafen sieht man die tödlichen Unfälle. Was man hier deutlich erkennen kann, ist, dass die Arbeit in den letzten Jahrzehnten eigentlich eine sehr gute war. Wir sind also von einem Niveau, man kann fast sagen um 80 Prozent reduzierte Unfälle und auch entsprechend reduzierte tödliche Unfälle. Wie passiert das? Das kommt leider nicht von ungefähr, sondern das sind eine Reihe von Maßnahmen und Schutzmaßnahmen, die man über die Jahre in den 60er Jahren, 70er, 80er, 90er Jahren eingeführt hat, verantwortlich dafür, dass es nach unten geht. Und das ist auch der wesentliche Kern dieser Lektion, wo wir ein bisschen auch über die Schutzmaßnahmen reden wollen und auch natürlich über die Zukunft und über mögliche Technologien, die hier auch weiteres verhindern wollen. Und dazu möchte ich jetzt meinen Kollegen ganz herzlich einladen, um mal ganz kurz zu den Netzen einiges zu erklären. In diesem Bild sehen wir das Stromversorgungsnetz mit den verschiedenen Erspannungsebenen, dass die einzelnen Haushalte, die Industriebetriebe, die Mehrparteienwohnhäuser im städtischen Bereich und auch im unteren Bereich des Bildes ein Elektroauto, die Ladung des Elektroautos versorgt. Und dieses Netz wird von großen Kraftwerken, zentralen Kraftwerken, wir sind links im Bild, ein Laufkraftwerk, im Hintergrund eine Windenergieanlage, ein Speicherkraftwerk und thermische Kraftwerke näher an den Verbrauchern, die vielleicht auch als eine Heizung benötigen. Und dazu gibt es noch dezentrale Anlagen, teilweise sehr kleine, auf den Hausdächern installiert, manche Freiflächenanlagen, meistens dann eben Photovoltaikanlagen und wer weiß, was die Zukunft noch an dezentralen Anlagen für uns bringen wird. Das Schema des elektrischen Energieversorgungsnetzes beginnt also mit der Übertragungsnetzebene, die Höchstspannungsnetzebene 220 bis 400 Kilovolt. Dort sind die sehr, sehr großen Hochspannungsfreileitungen, die versorgen dann das darunterliegende 110 kV-Verteilnetz. Und von dort geht es über die Umspannwerke in die Mittelspannungsebene, die dann schon für mittlere bis kleinere gewerbliche Verbraucher und für die Ortsnetzstationen, die letztlich die Haushalte direkt mit der elektrischen Energie versorgen, wo dann in jedem Haushalt ein Stromzähler und die dahinterliegende Hausinstallation zu finden sind. Die Gefahr ist jetzt in solchen Netzanlagen das Berühren spannungsführender Blanker, also nicht isolierter Leiter und alles unter 1000 Volt, sprechen wir von der Niederspannung, wenn man hier also direkt eine Freileitung zum Beispiel, die keine Isolation hat, berührt oder auch die sogenannten Luftkabel, die nur eine betriebliche Isolation haben und es besteht also Gefährdung. In Anlagen ist das Berühren der Stromschienen absolut lebensgefährlich. Dann sind an Kontaktstellen von Schaltgeräten Verschraubungen, meistens nur mit kleinen Drahtelementen zugänglich, eine Gefahr, dass das berührt wird oder auch das Eindringen mit einem Draht, beispielsweise eine ungesicherte Steckdose. Dann haben wir oftmals beschädigte Kabel, wo die Isolation verletzt ist, wo es dann schon blankes Kupfer sichtbar ist. Auch da kann es zu einer Berührung eines spannungsführenden Leiters kommen. Und dann gibt es noch das indirekte Berühren, das heißt, ich komme mit einem leitfähigen Gegenstand wie dem beschriebenen Draht irgendwo unbeabsichtigt, unerwartet auf einen spannungsführenden Teil, zum Beispiel hinter einer Abdeckung. Anders ist es in der Hochspannung. Alles über 1000 Volt ist bereits in der Annäherung gefährdend. Bei Freileitungen, Mittelspannung 10 bis 30 kV oder 110 kV, beziehungsweise Höchstspannungsebene 220 bis 400 kV, ist also das Annähern beispielsweise mit einem Regenschirm oder mit einem anderen Gegenstand gefährdend bereits. Die Leitungen sind so konstruiert, dass im normalen Alltag, selbst mit einem Regenschirm und einer Leitung allerdings keine Gefährdung besteht. Bei Transformatoren gibt es auch die Anschlussfahnen hoch- und niederspannungsseitig, wo also eine Annäherung unmittelbar zu vermeiden ist. Auch da haben wir wieder das direkte und indirekte Annähern. Ich kann mich mit der Hand einer spannungsführenden Hochspannungsleitung annähern oder eben mit einem Gegenstand. Und bevor noch ein Kontakt passiert, kommt es dort zu einem Lichtbogenüberschlag. Das heißt, es entsteht ein kleiner Blitz und es kommt also zu einer Körperdurchströmung, meistens mit einem sehr hohen Strom mit Verbrennungswirkungen. Dafür gibt es genormte Sicherheitsabstände. Wir unterscheiden zwei Bereiche. Das ist einerseits die Annäherungszone und andererseits die Gefahrenzone. Eine absolute Gefährdung besteht also in dieser letzteren Gefahrenzone für den Laien, aber auch für den nicht unmittelbar mit einer Anlage beschäftigten Techniker ist also die Annäherungszone. Das ist bei der Niederspannung ein halber Meter von einem nicht isolierten Teil eine absolute Grenze, die wir nicht überschreiten sollten. Dann sind wir absolut sicher. Die Konstruktion einer Leitung, wenn wir die verschiedenen Abstände für die Spannungsebenen ansehen, ist so konzipiert, dass wir weit außerhalb dieser Bereiche tatsächlich noch liegen. Wir haben beispielsweise in der Mittelspannung diese 10 bis 30 kV, die hier mit 1,5 Meter Annäherungszone angegeben sind, haben wir beispielsweise 4 Meter Bodenabstand. Das heißt, tatsächlich ist der Abstand zu einem Boden, der begehbar ist, auch ein begehbares Dach beispielsweise gilt als so etwas, noch wesentlich höher als diese Abstände, um zu vermeiden, dass wir mit unserem Körper, mit einem Teil, mit der Hand beispielsweise, in eine Annäherungszone eindringen. Ein wesentliches Thema sind auch Leitungen, auch elektrische Anlagen und Wasser. Einerseits beim Bewässern eines Garten, andererseits aber bei Löscharbeiten. Und hier gibt es von Österreichs Energie veröffentlicht ein Merkblatt, das, wie hier gezeigt, die Löschabstände. Im Bild links die Höchstspannungsleitung, wo wir mit einem Sprühwasserstrahl durchaus bis 5 Meter gehen können. Mit einem Vollstrahl sind es bereits 10 Meter und ein Wasserwerfer, wie er bei größeren Bränden eingesetzt wird, dann 35 Meter Abstand einzuhalten ist. Diese Abstände sind absolut einzuhalten und bei den Niederspannungsleitungen haben wir den einen Meter mit dem Sprühwasserstrahl einzuhalten. Bei den Feuerlöschern gibt es unterschiedliche Klassen und hier muss man für elektrische Anlagen eine geeignete Klasse auswählen. Was tun wir, wenn ein Leiterseil am Boden liegt? Ja, nicht annähern. Solange vom Netzbetreiber niemand vor Ort ist, gilt die Leitung als eingeschalten. Und selbst wenn ein Verunfallalter in diesem Bereich liegen sollte, besteht für die Leute, die also den Verletzten bergen sollen, absolute Lebensgefahr. Es gilt, einen Abstand von 20 Meter für alle Spannungsebenen einzuhalten. Üblicherweise nach einem Unfall mit einem Fahrzeug oder nach einem Sturm kommt es dazu, dass Leitungen am Boden liegen. Und selbst wenn dort ein Brand oder was auch immer ist, bitte auf jeden Fall diese 20 Meter Abstand einzuhalten. Eine nicht seltene, auch sehr gefährliche Situation, vor allem bei Mittelspannungs, also 10 bis 30 kV Freileitungen, ergibt sich, wenn ein Fahrzeug in Kontakt mit der Freileitung kommt. Wie hier im Bild gezeigt, wenn ein Kipper seine Ladefläche hochstellt und dabei eine Hochspannungsleitung, hier im Bild haben wir eine 30 kV Leitung, berührt, braucht es gute Nerven zu sagen, ich bleibe jetzt im Fahrzeug, bis die Leitung ausgeschaltet ist. Hier im Bild schaut es sehr ruhig aus, wir sehen keine brennenden Reifen. Es kann aber zu brennenden Reifen kommen, was üblicherweise dann dazu führt, dass man natürlich das Fahrzeug verlassen möchte. Und man muss also hier sehr vorsichtig dann aus dem Fahrzeug Beine eng zueinander hinausspringen, wenn der Brand gefährlich wird. Möglichst im Fahrzeug bleiben, solange es irgendwie geht und die Unfallstelle freigegeben ist. Ein brennender Reifen bedeutet noch nicht, dass das gesamte Fahrzeug in Brand gesetzt ist. Wir haben jetzt das direkte Berühren von ansonsten nur mit luftisolierten blanken Leitern bei Annäherung von Hochspannungsleitungen oder bei direkten Berühren von Niederspannungsleitungen gesehen. Es gibt aber auch noch andere Fehlersituationen. Beispielsweise eine Abdeckung, hinter der sich ein spannungsführender Leiter, der gegen diese Abdeckung, metallische leitfähige Abdeckung, isoliert ist, befindet und dessen Isolation einen Fehler bekommt. Wir haben also hier im Beispiel die Straßenlaterne im öffentlichen Bereich. Die Person berührt die Straßenlaterne und durch das Wackeln der Straßenlaterne kommt es vielleicht bereits zu einem Schluss und schauen wir uns an, was jetzt passiert. Die Person, die die Straßenlaterne berührt, wird jetzt von dieser Transformatorstation, die also hier im Bild ist, wird über die braune Leitung die Straßenlaterne versorgt und unglücklicherweise an der Fehlerstelle ist jetzt diese braune Leitung mit dem Gehäuse der Laterne verbunden und hier kommt es, jetzt trifft es mich auch gleich, hier kommt es jetzt zu einem Stromfluss durch den Körper, der Person und die Person ist mit dem linken Fuß geerdet, hier also durch diesen Erdungswiderstand im Bild angedeutet und der Stromfluss ist in dem Fall so hoch, dass die Person wahrscheinlich Herzkammerflimmern bekommt, das ist ein Elektrounfall und wenn ein Defibrillator zur Hand ist, dann kann man die normale Herzaktivität hoffentlich wiederherstellen, ansonsten wird das leider mit einem tödlichen Ausgang sein. Was können wir also tun? Die erste Lösung ist, schützen wir doch die Person, indem wir eine sogenannte Schutzerde anbringen, das ist ein Leiter im Erdreich, der dann oben mit dem Gehäuse der Straßenlaterne zu verbinden ist. Schauen wir uns an, was jetzt passiert. Die Situation hat sich etwas verbessert, wir sehen, die Kappe ist nicht mehr so hoch, aber ich habe immer noch eine Durchströmung, weil es bleibt ja eine Restspannung an diesem Erder da, die dann als Berührspannung weiterhin von der Person abzugreifen ist. Die Schutzerde funktioniert dann, wenn sie ausreichend gut ist, das heißt, der Erdungswiderstand muss klein genug sein, sodass hier entsprechend dem Strom, der über die Erdungsanlage dann größtenteils abfließt, die Spannung so gering wird, dass diese Person nicht mehr gefährdet ist. Das bedeutet aber auch, dass wir die Schutzerde laufend überprüfen müssen, um sicherzustellen, dass es zu keinem Elektrounfall kommt. Und wir wissen ja, Straßenlaternen sind mehrere Jahrzehnte im Einsatz. Was können wir noch verbessern? Die Nullung. Die Nullung heißt deshalb Nullung, weil der heute als Neutralleiter bezeichnete Leiter zur Zeit der Einführung der Nullung als Nullleiter bezeichnet wurde. Wir sehen wieder die Transformatorstation hier, wo die anspeisende Spannung Richtung Laterne geht. Und wir haben jetzt etwas eingeführt, nämlich hier eine Verbindung zwischen dem Gehäuse und der Erdung, die wir zuletzt als Schutzerdung bezeichnet haben. Die ist hier als lokale Erdung noch einmal gegeben, aber das Wesentliche ist, dass wir jetzt die Erdung mit dem Nullleiter über diesen Nullungsbügel verbunden haben. Schauen wir uns an, was im Fehlerfall passiert. Im Fehlerfall ist jetzt Folgendes. Es fließt ein Strom, ein wesentlicher Anteil des Stromes, über den vorher als blau eingezeichneten Neutralleiter zurück zur Transformatorstation. Ein gewisser Anteil nimmt den Weg über den Erder und findet dann zurück über das Erdreich den Weg zur Transformatorstation. Und nur noch ein ganz, ganz kleiner Anteil geht über die Berührung. Und jetzt kommt noch etwas ganz Wesentliches dazu. Selbst wenn dieser Anteil größer wird, passiert ja Folgendes, dass aufgrund des hohen Fehlerstromes hier die Sicherung, die im Stromkreis drinnen ist, dann abschaltet. Schauen wir uns das an, jetzt ist die Sicherung gefallen. Wir sehen das hier, die Sicherung, das Verbindungselement ist zerstört. Jetzt ist der Stromkreis abgeschaltet und es besteht keinerlei Gefahr, auch nicht für weitere Personen, die möglicherweise an diese Laterne greifen. Schauen wir uns das noch einmal im Schnelldurchgang an. Wir haben zunächst die Situation ohne Fehler. Jetzt tritt der Fehler ein und kurz darauf fällt aufgrund des hohen Stromes die Sicherung der Versorgungsleitung an dieser Stelle. Und wir sind also freigeschaltet und es besteht keine weitere Gefährdung. Ich darf abschließend zusammenfassen. Die Schutzerdung verbindet elektrisch leitende Elemente mit dem Boden, mit der Erde, dient dem Potenzialausgleich zwischen dem leitfähigen Element und der Erde. Sie vermeidet, reduziert daher elektrische Spannung zwischen dem leitenden Element und dem Boden. Sie schützt vor Berührspannung und daraus entstehenden Berührungsströmen, die gefährlich werden können. Sie muss natürlich den auftretenden Fehlerströmen standhalten und es darf also dabei zu keiner gefährlichen Berührspannung kommen. Das heißt, ich muss diese Schutzerde auch regelmäßig überprüfen. Wenn ich Nullung verwende, kombiniere ich diese Nullung mit einer lokalen Erdung, die dann nicht mehr die volle Qualität der Schutzerdung hat. Deswegen heißt sie auch nicht mehr Schutzerdung. Sie ist die Verbindung des Neutralleiters mit dem Schutzleiter. Sie reduziert den Widerstand im Fehlerstromkreis, wodurch es zu einem entsprechend hohen Fehlerstrom, der dann zum Auslösen einer Sicherung führt, kommt. Natürlich muss der Widerstand des Fehlerstromkreises und der Wert der Sicherung, der Auslösewert der Sicherung aufeinander abgestimmt sein. Die Anlage ist dann abgeschaltet und führt zu keiner weiteren Gefährdung mehr, kann von einem Fauchmann instand gesetzt werden. In Österreich ist die Nullung durch die Nullungsverordnung seit rund 20 Jahren verbindlich anzuwenden. Ja, und nun kommen wir zur Hausinstallation. Sie sehen hier auf der linken Seite ein typisches Haus, sogar schon mit Photovoltaikanlage. Auf der rechten Seite ist ein Verteiler dargestellt, der für eine Wohnung, würde ich sagen, nicht unbedingt typisch ist, aber für ein größeres Haus typisch ist, auch mit dem Zählerbereich. Und da wollen wir jetzt eigentlich gleich einmal zu den Schutzmaßnahmen gehen, zu der Pyramide, die also auch, wie man vorhin in der Unfallstatistik gesehen hat, natürlich einen zeitlichen Ablauf hat, von unten nach oben. Ich beginne gleich unten. Mit dem Basisschutz, dem sogenannten Basisschutz. Was ist der Basisschutz? Da geht es ja im Wesentlichen um die Isolierung und oder um entsprechende Abstände. Die nächste Stufe in dem Schutzkonzept ist der sogenannte Fehlerschutz. Beim Fehlerschutz geht es im Wesentlichen darum, das Auftreten einer gefährlichen Berührungsspannung zu verhindern, wie bei Schutzisolierung oder Schutztrennung, oder eben das Bestehenbleiben einer gefährlichen Berührungsspannung zu verhindern, im Falle der Nullung, Schutzerdung oder anderer Maßnahmen. Und dann gibt es eingeführt in den 80er Jahren eigentlich die dritte Stufe. Das ist der Zusatzschutz oder der sogenannte zusätzliche Schutz, wo es also darum geht, dass auch für Steckdosenstromkreise 30 mA Fi mehr oder weniger vorgeschrieben sind. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem eher neueren Teil. Das ist dann die vierte Stufe. Das ist der sogenannte Fehlerlichtbogenschutz. Ich glaube, das wird dann später noch im Detail erklärt, um was es dabei geht. Aber das ist sozusagen jetzt die Spitze dieser Pyramide, um also einen gesamten Schutz zu haben. Jetzt noch einmal ein bisschen ein Detail zum Fehlerstromschutzschalter. Wie funktioniert der Fehlerstromschutzschalter? Wir haben also beim Fehlerstromschutzschalter im Wesentlichen einen Summenstrommandler und ein kleines Relais drinnen. Der Summenstrommandler misst also den Strom, der in die Anlage hineinfließt und den Strom aus der Anlage zurückfließt. Und wenn die Summe exakt null ist, ist also alles in Ordnung. Das sieht man da also mehr oder weniger am linken Bild. Am rechten Bild sieht man dann. Da geht also der Strom über die Phase hinein. Ein Teil des Stromes fließt über die Erde ab. Als Beispiel, wenn ein Fehlerstrom ein Leck, ein Isolationsleck ist oder wenn sogar jemand auf ein spannungsführendes Teil greift und fließt dann über die Erde zurück. Das heißt, außerhalb dieses Summenstrommandlers zurück. Jetzt muss man wissen, diese Geräte gibt es im Fehlerstromschutzschalter bis 125 Ampere und der Rät ist sogar höher. Aber im Handel 125 Ampere und wenn 125 Ampere fließen, muss dieser Summenstrommandler einen Unterschied von ungefähr 30 Milliampere erkennen. Da sieht man also schon, dass es eigentlich ein sehr genaues Messgerät ist. Was macht der Summenstrommandler? In dem Fall des hineinfließenden Stroms und zurückfließenden Stroms wird jeweils ein Magnetfeld erzeugt. Ist diese Differenz null, passiert nichts. Ist die Differenz nicht null, ergibt sich ein Magnetfeld in dem Summenstrommandler. Und aus diesem Magnetfeld heraus wird sozusagen über das Transformatorprinzip Energie abgezogen und das auf ein Relais wirkt, das mit 40 Millionstel Watt eigentlich reagiert und 4 Kilogramm Kontaktkraft am Ende innerhalb von 40 Millisekunden entriegelt und damit der Schalter ausschaltet. Wir sprechen hier in Europa im Wesentlichen von netzspannungsunabhängigen FI-Schalter. Das ist das Prinzip, das ich da erklärt habe. Es gibt dann im Rest der Welt auch die netzspannungsabhängigen. Aber was heißt netzspannungsunabhängig? Unabhängig heißt, dass auch bei nicht vorhandener Netzspannung das Ding funktioniert und auslöst. Und das ist also in Europa ein wesentlicher Teil, wie unsere Schutzfunktion hier aufgebaut ist. Wir haben dann im linken unteren Bild dann noch dargestellt, wie der aufgebaut ist. Diesen Summenstrommandler sehen Sie im Wesentlichen da. Das ist dieses runde Ding, wo also diese Kabeln durchgehen, wo also dann sozusagen die Summe der Ströme der hineinfließenden und herausfließenden gemessen wird. In dem Fall ist sogar ein dreiphasiger Plusneutralheiterschalter, wo dieses dann gemessen wird. Noch ein paar Ausführungen zu dem Thema Prüfen von Fehlerstromschutzschaltern. Sie sehen das und merken das natürlich auch immer wieder in den Medien, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, es wäre Zeit, bei Zeitumstellungen zum Beispiel die Fehlerstromschutzschaltern, die Prüftaste zu drücken. Man kann nur immer wieder auch darauf hinweisen, diese Schaltgeräte sind, ob das jetzt Leitungsschutzschalter oder auch Fehlerstromschalter, sind meistens 20, 30 Jahre in der Anlage eingebaut. Im Fall von einem Leitungsschutzschalter geht es also um ein Gerät, das ein paar Euro kostet und eigentlich diese 20 oder 30 Jahre jede Sekunde über das Leben von Ihnen, über Ihre Anlagen und natürlich auch über das Leben Ihrer Familie, Ihrer Kinder wacht. Und was passiert, wenn da Fehler auftreten? Ich glaube, das kann man auch immer wieder in den Medien sehen. Werden Brände verursacht, kommen Menschen zu Schaden. Und daher ist es auch wichtig, wie gesagt, beim Effizchutzschalter die Prüftaste zu drücken. Warum soll man was tun? Einerseits natürlich auch, um die Funktion des Fehlerstromschutzschalters entsprechend auch nachzuweisen, aber vor allem auch deswegen, um also im Laufe der Zeit, verändern sich Geräte. Man kauft neue Geräte ein, steckt sie an. Diese Geräte können auch defekt sein, können Gleichstrom, Fehlerströme verursachen als Beispiel, die dann dazu führen, dass der Fehlerstromschutzschalter blind wird. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um auch diese Prüftaste zu drücken, weil damit erkennt man, ob irgendwelche Geräte unter Umständen die Schutzfunktion außer Kraft setzen. Und das ist ein ganz wesentlicher Fehler. So, dann möchte ich Sie noch kurz zu einer Zeitreise einladen, über mögliche Risiken über die Zeit. Bevor wir zu dieser Zeitreise kommen, würde ich doch noch gerne eine kleine Statistik bemühen. Wir haben ungefähr 70 Prozent aller Häuser und Gebäude, die heute existieren, sind aus den 70er Jahren und davor. Und wenn ich jetzt in die 90er Jahre gehe, kann ich sagen, fast 90 Prozent aller Gebäude und Häuser sind also in den 90er Jahren erbaut worden oder davor. Und wenn man jetzt ein bisschen nachrechnet, stellt man fest, dass zumindest die Häuser und natürlich auch gegebenenfalls die elektrischen Anlagen 30 Jahre alt sind. Und da muss man sich natürlich überlegen, was das bedeutet. Man kann natürlich immer auch eine Analogie heranziehen, wenn man überlegt, welche Fahrzeuge wir vor 30 Jahren gefahren sind und sich das vorstellt gegenüber den Technologien und den Möglichkeiten, die man heute hat. Und so ähnlich ist es auch mit der Elektroinstallation. Da gibt es natürlich neue Technologien, da gibt es natürlich auch neue Anwendungen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit dem Fehlerlichtbogen-Schutz, das ein ganz wesentlicher Teil ist, um ein höheres Schutzniveau zu erreichen. Nun zur Zeitreise. Wir haben also, Sie haben ein Haus gekauft oder eben vielleicht sogar selbst gebaut in den 70er Jahren. Sie sind eingezogen, es hat alles funktioniert. Die Elektroinstallation ist entsprechend der Richtungsbestimmung der damaligen Zeit gebaut worden. Alles funktioniert, alles passt. Es kommen die Jahre, die Familie wird größer, die elektrische Anwendungen werden entsprechend mehr. Sie stellen dann fest, die Planungen der 70er passen nicht ganz zu der Zeit der 80er und 90er Jahre. Die Anzahl der Steckdosen ist zu wenig. Man beginnt dann in irgendeiner Form dann Verteiler zu kaufen. Heute kriegt man das ja um wenig Geld, mehr oder weniger auch sogar im Lebensmittelhandel. Man steckt es dann an, man verlängert es, man steckt dann zusätzliche Dinge an. Man hat dann sozusagen so Strecken, die also dann sicherlich auch zu einem Problem, was die Überlast betrifft, führen und vieles mehr. Und wie gesagt, die Zeit schreitet voran. Vielleicht später kommt dann noch eine Photovoltaikanlage dazu. Bei der Photovoltaikanlage geht es auch wieder um Gleichströme. Ob das jetzt möglicherweise auch schon eine wesentliche Änderung ist, wo Sie einiges anpassen müssen, bleibt noch mehr dahingestellt. Aber Tatsache ist, die elektrische Anlage, die möglicherweise immer nur aus den 70ern ist, wird im Jahr 2010 doch auch ganz anders benutzt und auch ganz anders belastet. Und das führt am Ende des Tages, wenn wir jetzt das Jahr 2020 dazuschreiben, zu erheblichen Risiken. Die elektrische Anlage ist entsprechend in die Jahre gekommen. Die Isolationen sind entsprechend alt. Die Belastung der Anlage ist also auch deutlich höher, als es damals war. Vor 30 Jahren hat man die Nennströme, die möglich gewesen sind, meistens nie erreicht. Heute ist es unter Umständen durch Waschmaschinen, Wäschetrockner, durch Elektroautos entsprechend höher. Und das trifft jetzt eigentlich auf eine Installation, die schon in die Jahre gekommen ist. Und daher birgt es einige Risiken und freue mich jetzt auch zu dem Thema Fehlerlichtbogenschutz, auf das das Video im nächsten Schritt dann entsprechend hinweist. Jetzt würde ich Sie noch einmal ganz herzlich einladen, mit mir das Video anzuschauen, um noch einmal ein paar Hinweise zu bekommen, welche Risiken die Verwendung von Kabeln, von Steckern in sich birgt. Das Video im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das Video im Auftrag des ZDF, 2020 Das Video im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das Video im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Dies war das Modul Sicherer Strom für zu Hause, in welche mögliche Gefahren und Risiken durch Elektrizität ausgehend vom Stromversorgungsnetz hin zur Hausinstallation behandelt wurden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Im zweiten Teil des MOOCs erhalten Sie mehr Informationen zum Thema Elektroschutz. Vielen Dank. ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020